Schauen Sie sich mal diesen Renault aus dem Baujahr 2019 an. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. Im Interieur finden Sie eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Servolenkung. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Renault machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.